Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Smash und wir befinden uns in der Map The Ship zum vierten Mal. Wir versuchen es immer wieder, weil bislang keiner von uns beiden gewonnen hat und der Robert ist auch wieder am Start. Hallo Robert. Hallo. Herzlich willkommen in dieser lästigen Welt. Und wenn noch kein anderer mitjoint, dann haben wir ja diesmal vielleicht eine Chance, dass es ein Zweikampf zwischen uns beiden wird und einer gewinnt. Oh Gott, oh Gott. Das sieht doch gut aus. Ja, das Sterben. Ich falle gleich durch. Ja, das Sterben, sagst du einfach? Ist das nicht eine schöne Ankündigung? Ich will da nicht hin. Ey, ey, nein. Selber zu Time TT. Das hat aber wieder gelenkt. Es leckt immer, wenn ich sterbe. Ach so. Es liegt immer an diesem... Ich bin ja nicht vor mir. Nee. Noch nie nicht. Nein. So. Äh, ah. Oh mein Gott. Ich laufe durch dich durch und trotzdem treffe dich. Warte, da ist kein Platz mehr, meine Maus nach rechts zu bewegen. Warte, warte, warte. Ich will da immer schnell, wenn ich essen. Danke. Dass du gewartet hast. Das ist ja nicht von dir. Schweine, Wacke. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich aber gehört. Würde ich lieber sagen, Achmarsch. Äh, hör auf mich zu tragen. Ich kann selber laufen. Wieso, wieso passiert das überhaupt? Das habe ich noch nicht so richtig raus. Gehe ich auch nicht. Ja. Ja. Was? Alter, ich fliege auf einmal übelst. Da auf das hinzuwerfen. Nee, nee, nee. Wo war das? Nein, no man. Oder? Du musst das Geräusch geben. Ich mag Züge. Oh, nee. Jeder schmeißt dir den anderen. Nein. Doch. Ich sammle natürlich das Unsinnigste überhaupt davon in. Na. Nein. Ich brauche diesen Apfel. Das ist mein Glücksapfel gewesen. Gewesen. So, das war gut. Nein, ich habe es von unten ans Schiff geworfen. Das Ei. Ja, es ist trotzdem eine Spinne. Die hält sich. Spinnen sind eh los, finde ich. Wieso? Die können einen auch ganz schön. Das Ei mit dir rumzutragen. Da werde ich nicht spawnen. Alter, warum denn? Hätte es so schön gepasst. Ah. Ich bin extra direkt neben dir runtergesprungen. Oh, mein. Oh, jetzt ist er wieder leer, glaube ich. 15 Schuss hat man. Ich weiß nicht. Ob du schon 15 vor Ballert hast, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne. Ach, du wolltest mich verarschen. Ja. Das war mein Ziel. Auf das Ding zu werfen. Auf zu leben. Also, hier. Was für auf zu leben? Ja. Das ist ja gemein. Ich habe ja auch noch angehängt hier. So. War es das? Hallo. Nö. Ich habe Feuerzeug. Ich habe mich wieder reingehängt. Du. Dingst. War es das? Habe ich gewonnen? Oh, the fuck. Ja. Warum? Nein. Geh weg. Nein. Komm schon. Wuhu. Meister, Feuerzeug weg. Das brauchst du nicht. Mach ich auch. Ich habe nämlich eine Bizzippel hier sammelt. So. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Hab ich dich getroffen? Alter. Oh. Yes. Nein. Ich bin nach dir reingesprungen. Zählt das noch als gewonnen? Oh, scheiße. Ich bin nach dir. Das würde ich so nehmen. Als Gleichstand kommen. Ach, komm. Nein. Das zählt nicht. Doch. Da stand es. Da stand es. Da stand es. Da stand es. Ich habe gewonnen. Ich stand da. Er schieß gar nicht. Doch, ich habe gewonnen. Doch, ich habe gewonnen. Da steht. Finish. Da habe ich gewonnen. Ich habe es. Hier, 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 hier. Oh, Mann. Ja, wir sind noch voll dabei. Und als nächstes spielen wir... Wo müssen wir denn? Nein, doch. Ich bin hier mit dir. Ford Sponge spielen wir als nächstes. Und zwar... Ähm... In der nächsten Aufnahme. Und es steht... Wie viel, Robert? Wie viel steht es? Sag es mir ruhig nochmal. Ich weiß nicht, du hast ein paar... Eile im Zahn. Entschuldigung. Bei mir nicht. Bei mir habe ich nur einen hinter der Schulter. Auf jeden Fall nicht in den Türen. Nicht in den Türen. Ähm, doch. Ich glaube, es steht nämlich für mich... Ähm... Lobby. Ähm, Moment. Es steht nämlich für mich... Fünf... Zu... Sieben. Das musst du erst mal aufholen. Doch. Nein. Nein? Sechs oder nicht? Weiß ich nicht. Okay, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin.